Guten Morgen erst mal, ich bin's, euer Peter Maffei. Hallo liebe MZ-Community, wie man ja sagen muss heutzutage, ich bin's, euer Tony Polster. Warum ich euch angerufen habe, ist folgendes, es gibt eine CD, die rausgekommen ist. Eine CD für Leute, die es nicht mehr wissen, also für euch, weil ihr ja eh nur noch alles aus dem Internet saugt, so sieht eine CD aus. Und auf dieser CD ist Unmensch drauf. Unmensch ist der beste Rapper der Welt und hat auch meine letzten vier Alben geschrieben beispielsweise. Und daher hat er jetzt so seine neue Solo-CD am Start, die ihr unbedingt mal auschecken solltet, ich finde. Oh, scheiße. Oh, ich hab so einen Kater, der gestern türkische Hochzeit gefeiert hat, tue mal. Also nochmal, Unmensch-CD ist draußen, die solltet ihr checken und dann bestellen. Beispielsweise hier bei MZ gleich oder woanders. Die steht überall rum, Amazon, Furious Funds, hast du nicht gesehen. Ja, zur Person weiß ich eigentlich auch nichts. Zur Musik könnt ihr selber auschecken. Produziert, hat verschiedene, könnt ihr auch lesen. Und Features, jetzt so die üblichen Leute, so, jetzt, ja, Icke und ansonsten, ah ja, hier, ähm, Jay-Z ist noch drauf. Und auf einem Track ist, äh, 50 Cent und, äh, The Game und, äh, Tupac. Und, äh, Michael Jackson, Madonna auch, Britney Spears und Justin Timberland, Timberlake und was. Ähm, jo, am besten, wie gesagt, ihr hört euch das mal an und entscheidet selber. Es ist ganz wichtig, dass man sich mal eine eigene Meinung bildet und, äh, dann handelt. Wenn ihr wollt, wenn nicht, wenn nicht. Ähm, aber wenn ich ihr wäre und, äh, ihr wollt ja mal mit mir tauschen, wie ihr immer mit mir eine E-Mail schreibt, wie ihr mit deinem Leben tauschen, weil ja Blödsinn, wie keiner, dann würde ich es tun. Und, äh, das war's eigentlich von meiner Seite. Was gibst du da noch, äh, irgendwann, sterbt ihr eh. Ich meine, jo, ich sterb auch. Und bis dahin, war ein Unmensch. Spricht für sich selbst, würde ich sagen. Achso, eine Sache noch, ganz wichtig. Äh, oh, warte mal. Scheiße, äh, ist die Nase ein, muss man kurz rangehen, ne? Vorhin war besetzt, hat wahrscheinlich hier, äh, Kolinsky gerade mit ihm gesprochen, weiß ich nicht. Ja? Freunde. Nee. Nee, bitte nicht. Ganz groß. Äh, äh, dauert ein bisschen länger. Also, Unmenschacken und, äh, kaufen vielleicht, vielleicht nicht kaufen oder auf mein neues Album warten. Äh, was bestimmt nicht kommt. Gut, äh, äh, ich wünsche euch was, ne? Macht's gut.